und da herzlich willkommen zurück zu dem main test main clown let's play bisher letztendlich auch am main test ist ja nur ein sub game dafür aber ihr wisst schon was meine es ist halt kein main test game game sondern nur ein main test game sub game und zwischen main test game game und main test game gibt es halt noch ein an also ein anderes ist ja richtig arsch penis ist ja was ja genauso hier haben wir ja auch so dass hier eine lücke ist und hier künstliches also künstliche sich klar natürliches licht einfallen kann was hat eine geile atmosphäre erzeugt und behalt den raum indirekt beleuchtet und so ist es halt geil so komme ich einfach direkt hoch herkomme ich der schon so 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 we sehr schön damit ist die grundstruktur schon mal vorhanden das führt um noch der scheiße natürlich gut ist eine gerade anzahl an blöcken da in der mitte okay bleibt so easy so dann gucken wir mal wie wir das dach am besten design ich meine so was wie hier wüsten sonst dann haben wir leider kein von daher wäre die frage was wir denn da sonst für material benutzen könnten ob wir da wieder dschungelholz nehmen ganz ehrlich warum nicht meine wir haben wir haben es ja ein backsteingebäude und mein backsteingebäude ist strot dach vielleicht ein bisschen altertümlich aber ein holz dach wäre jetzt nicht so abwegig aber ich würde da hatten flaches dach machen also ein mit auf treppen sondern auf slabs machen wir auch kommt schon jetzt haben wir mehr als genug da können wir verschwenden eichenholz ja gut aber auch echt voll voll mehr als genug also wir haben gerade überhaupt welches gar keins ja ja gut viel bräuchten wir dann wir bräuchten wir haben eine grundfläche von 11 mal 10 11 mal 10 das kriegen wir auf keinen fall hin haben wir die hälfte von das heißt wir müssten jetzt unseren großen bomben abfällen nicht so wiederholz fällig abgebucht mehr mann für jede scheiße holz also los ja ich wollte so kann man die dinge kombinieren garantiert nicht so wie ich das kann man nur aus normal ist das hässlich warum kann man unter mein klo nichts wieder also ich schätze mal deshalb dass auch bei mein kreft so ist und mein klo und richtet sich ein mein kreft das ist also dem vielleicht noch nicht geht aber warum ist das so ich meine okay man kann jetzt sagen ja klar wenn man holz plakat oder was rausschlägt das ist halt aufgeschlagen kann ich einfach wieder ran machen aber technisch gesehen kann man es und zwar mit baumharz ein spiel mit harz denn wieder rein klachten und schon hat man wieder block das tatsächlich auch heute noch benutzt von daher aber nein die wollen mich einfach nur im grund und boden ärgern ja dann müssen wir halt den großen baum fällen da führt nichts drumrum dran vorbei wir müssen ja nicht alles fällen wir nehmen einfach nur hier unten genau den unteren ast ab der sieht sowieso scheiße auf keine ahnung warum der hier so extrem tief hängt und dann gucken wir mal kurz wie wie viel wir daraus schon bekommen tun ähm was wir kommen jetzt hä ich hab doch gerade drei drei holzwerke abgeschlagen werde ich jetzt bescheuert oder tue ich nur so ich würde sind drei blöcke ich habe nur zwei bekommen ach wow ja okay alles gut nichts passiert so ich wollte noch viel viel mehr ich wollte noch viel viel mehr scheiß die wandern ja 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 jetzt kann man eh nie genug haben von daher lalalalala lalalalalalala dada da 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 wir brauchen ja bei Diamanten, da können wir jetzt endlich mal eine Diamanten-Axt machen, da geht das wenigstens ein bisschen schneller. Ach ja, traumatisierend. Wie die sich da unten immer rekombinieren ey, das ist voll süß, voll witzig und so. Wieso keine Armeisenhaufen? Vor allem ist es mal schön zu sehen, wie die Dinger dabei auch immer größer werden, weil natürlich eher proportional umso mehr in einem Block drin sind, das ist ja auch eine Sache, die ich cool finde, aber es ist halt gerade dadurch auch unglaublich süß aus. Oh, wir sind schon um einer Kronen angekommen, oh, schon fertig, das ging ja ganz schnell, ging ja eigentlich voll. Das war ja jetzt, ne? Gut, warum der Schatten hier nie verschwindet, ich habe keine Ahnung. Der ist powered by, sobald er einmal da ist, geht er nie wieder weg. Aber gut, da er hier eh wieder zum Baum hinkommt, ist das doch egal. So, jetzt haben wir schon viel Dschungelholz, jetzt können wir daraus ein schönes Dach bauen, können wir gleich hier bleiben. So, das heißt, wir gehen mal wieder hoch. So, du musst weg. Und das Dach, wie machen wir das? Am sinnvollsten wäre es, wenn ich jetzt sage, ich bin ein wunderschöner Prinz. Are you fucking kidding me? Danke. So. Scheiße, habe ich hier am frühen Morgen, Alter. Habe nichts besseres zu tun? Fußball gucken? Äh, scheiße, brauchen wir die Wacken für. Aua. Oh, falsche Richtung. Da geht's, danke. So. So. Wir brauchten. Ich bin doch bescheuert. Hätte davor auch schon gereicht. Äh, einmal meinen Dummschädel autopsieren. Da kommt gerade die Dummheit ans Tageslicht, das ist ja ja. So. Das heißt, wir brauchen hier einmal Slabs, wollen wir da nochmals Slabs und dann gehen wir hoch und dann haben wir alles, was wir brauchen. Achso. Ich glaub mal, das macht mit dem Deplacement Tool einfacher. Oder machen wir ein solides Dach, also nicht eins, was hohl ist, so wie hier, wo man quasi das von innen sieht, sondern was in der Mitte quasi einfach durchgeht. Ganz ehrlich, so tief ist das Dach gar nicht. Ich glaub mir, das würde sich da sogar lohnen. Warte mal kurz, also hier wäre ein Slab, da wäre das Slab aufliegend, da wäre das Slab in der Luft, da wäre denn der Slab da. Oh, äh. Ja, doch, ich denke, ich denke, man macht sich ein solides Dach besser. Ne. Solides Dach ist nur unnötig schwer. So. Uhr brauchen wir nicht. Kommt's noch da? Durch. Kommt noch da. Äh. Das heißt, wir, äh, ist da. Dankeschön. da. Wie geht's hier aus? Das wollte ich. So. Ja komm. Lass mich rauf hier. Ich bin Arzt. So. Du kommst nach da. 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 runterfallen oder nicht nicht runter weil so das war ich natürlich klar so dann kommt hier eins hoch das heißt ich bräuchte das hier so so und jetzt kommt das ding da so ran ja perfekt so jetzt ist du kopiert und jetzt kann ich dich glaubt nicht das ist für ihn ein einständiger blog das ist auch gut dann halt also wie platz und tritt oder meint ist unter mein klon echt unbedingt was aber wobei ich jetzt nicht weiß ob das unter mein test auch so ist da habe ich so oft noch nie welche aus lebt gemacht also jetzt dächer weil dächer mache ich ja eigentlich immer regel in der regel immer aus der ja eben entweder aus der oder aus diesen richtigen schrägen von dieser haupte kack weil ich jetzt daher nicht so genau ob wir es da schon mal probiert hatte mit slabs zu machen auf jeden fall man sieht geht es hier nicht koko soll freude verbreiten und nicht die arbeit bilden so so hier wieder so ein ding Und da dann so ein Ding. Da kommst du da rauf. Und du kommst da rauf. Jetzt bist du wieder weg. Adios, Amigos. Nicht runterschutzen. Boing. So. Kommst du jetzt nach da. Yeah, haben wir es geschafft. Easy. Operation Dachs fertig. So, du kommst da noch weg. Weiß gerade schon oder einfach nur du? Okay, Dach ist jetzt dumm. Ah, fick die Henne. Na ja, alles weg. Jetzt geht's hier los. Ich muss ein bisschen aufräumen hier. So, jetzt geht's wieder hoch. So, du kommst da, du kommst da. Wieso geht das nicht? Ach ja, ist ja auch gut. Ach. Ist ja schon auf der unteren Höhe. Das heißt, ich kann einfach hier direkt, ach so, geht ja nicht. Hier direkt dran setzen. So, easy. Jetzt haben wir noch 10 Clacks übrig. Passt doch perfekt. Tada. Unser freischlimmes Dach sieht doch kacke aus. Okay, das ist aber kein Problem. Dann machen wir die Balken wieder weg. Machen die jeweils eins höher. Ach, ich schau jetzt. Und jetzt, äh, das ist schon scheiße. Ja, egal. So, so, so. So, so. So. Es wird dunkel. In Berlin und Brandenburg. Perfekt. Das halt auch noch auf der anderen Seite. Gehen wir jetzt mal ins Bett, bevor uns hier ein Creeper alles in die Luft jagt. Muss ja nicht sein. Tja, weil kann man denn tatsächlich hier mit denen anfangen? Ist ja Wunderträumchen. So, na dann. Auf ins Bett. War ein schon einstrengender Tag. Wow. Guten Morgen, meine lieben Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Raus mit dir. So. Oder war noch Holzblock? Egal. Da gehen wir jetzt eh hin. Äh, ich hätte eigentlich eher noch da gemusst. Ja, das war es. So. Halt, du musst noch eins hier. Wow, wow, wow. Aber diese Schmerzen, wenn man mit dem Kopf in irgendwas drin steckt, verstehe ich gar nicht. Halt, das wäre so schön gewesen, wenn es einfach weiter funktioniert. Arschluck. So. So. Unser Dach ist, was in jedem Fall ist. Ach so, ich will noch eins. Unser Dach ist fertig. Yay. Wunder, wunderschön, richtig schön, offene Konstruktion. Ich meine, sieht jetzt noch ein bisschen nackig aus, weil es halt hier die Verkleidung noch fehlt. Aber es könnte tatsächlich was werden. So. Das heißt, ich bringe meine ganze Schund hier weg. Da, 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 da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Schon voll. Na gut. Auch nicht weiter schlimm. Bald haben wir hier auf dem Rotorauer war. Fresse halt, nee, was ist denn los? Hä? Kollege. Oh, Tür ist offen. So. Ähm. Okay. Dann machen wir mal jetzt ein paar. So. Ähm. So. 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 Und so. Mal 64. Brauchen wir hier bloß noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach komm, ich hab egal. So. Okay. Pack mal so. So, der macht mich nervös und Sachen, die mich nervös machen, gehören weggemacht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, hier ist noch ein Haufen Erde, ein Haufen Dreck. Sieht doch vielleicht viel lebhafter aus hier. 1, 2, 3, 1, 2, 2. Ach, komm jetzt hier. Bam, bam, bam. So. Ah, sogar bereich. Achso, gut, er sind wieder ein bisschen was, ja. Soll hier auch so gemacht werden. Hier soll ja keinen Durchgang, ne? Ist ja hier geschlossene Gesellschaft. Soll ich könnte hier jeweils noch einen hinmachen. Dann müssen hier natürlich auch noch zwei hin. Und hier vielleicht auch mal so. Perfekt. Ja, doch so, so sieht es doch gleich viel besser aus. Jetzt sieht es aus wie so ein richtiges, kleines Heimlager. Nur so aus dem Einbau. Ist doch schön. Genau so soll das sein. Easy. Unser Lager ist fertig. Machen wir noch ein bisschen Kies weg da hin. Dann ist das auch komplett. Kies haben wir zum Glück mehr als genug. Kies, 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 Kies. Kies, 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 Kies. Könnte eigentlich auch noch einen direkten Weg zu unserem Steiler ummachen. Kies, Kies, Kies. Kies, 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 Kies. Kies, 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 Kies. Kies, 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 Kies. Kies, Kies, Kies. Perfekt. So, kommen wir jetzt nach dem Weg. Ta-da-da. Heute wird ja natürlich fortgeführt. äh, wobei so wahrscheinlich sogar mehr sind noch ja, das hier ist ein bisschen zu kriegen vielleicht so, sieht schon besser aus so, das geht hier mal weg so, das hier ist ein bisschen zu kriegen oh mein gott so, das hier ist ein bisschen zu kriegen ja, bald kommt ein keller hin und dann ist es feierabend aber maria josef, was wollte ich? ach genau, kies äh, haben wir hier noch Zäune? da kann ich mich gleich mal einen wunderbaren absperr absperrzaun für die Höhle denn? mit einem Baum ne, da sollst du da nicht ach egal, kommt, kommt eh ein Kiesweg hin von daher weiß man sowieso, wo man lang zu laufen hat aber wer woanders langläuft, ist der mal schuld easy da, 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 da wird es ein bisschen breiter, wo auch immer, egal, bleibt so so geht nämlich gar nicht mal so schlecht aus hier bleibt doch auch so perfekt easy so, apropos was, komm, wir, 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 wir tun dem Pferd noch was richtig gutes ich weiß nicht, ob das funktioniert also ob das was technisch gesehen bringt auf jeden fall bringt es optisch was ich brauche mal kurz ein bisschen Platz hier auf So. Fassig, du bleibst mir da. Haben wir mehr genug. So. Und so. Achso, brauche ich das ja gar nicht mehr. Wir sind ja fertig. Andererseits. Hab ich das ja dafür geholt. Von daher. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Da, da, da. Wir brauchen halt doch ganz schön viel. So. Dann setzen wir den Pferd mal ein bisschen Stroh hin, ja. Dann kommt niemand drauf, dass wir das Pferd vernachlässigen. Weißt du was? Komm, wir sind jetzt mal richtig scheiße spendabel. Und so ist unser scheiß Wasser einmal. Da. Dann... ...kommst du auch noch weg. Dann setzen wir den Pferd gleich mal so ein Krukeln. Dann hat's Wasser, hat Stroh und hat alles was braucht zum Leben. Fläche irgendwie noch ein Kamm, dann kann ich das ab und zu mal kämmen. Müssen wir das nicht immer machen hier. Scheiß Arbeit. So. Das Stroh kommt hier in die... ...Ecke. So. Und dann kommt direkt hier... ...nehm, auch nicht gleich mal rauf. Na, wobei direkt daneben vielleicht keine gute Idee ist, dass Strohnaß folgt. Und das stellen wir mal hier so hin. Perfekt. Und schon hat unser Pferd alles was es im Leben braucht. Ah, hier geht's noch ein bisschen Streu, so. Es klingt Bonus. Fick dich. Sehr schön. Ich weiß doch gar nicht, was wir vielleicht noch Äpfel essen, außer Stroh vielleicht Äpfel und so. Ich könnte ja mal... Ne. Aber wir machen jetzt noch vor der Pause hier. Das nimmt dann wieder Überhand. In dem Sinne, bis dann. Sicher, ich bin jetzt noch거алогisch. Denken. y1.